Es gibt Dua und es gibt Talker. Wenn ich Mut habe, kann ich natürlich auch Entscheidungen treffen in meinem Geschäft, die mich innovativ weiter nach vorne bringen. Less talk, more action. S4HANA ist ja nicht einfach nur eine neue Technologie. Es ist ein komplett neues Konzept an der Stelle. So, wie kriege ich jetzt diesen Move hin? Kommt es zu Syntax in dem Fall. Wir machen das mit so einem Move-Konzept, schnell und pragmatisch. Wir übernehmen das ganze Thema Betrieb, so dass Du entweder alleine oder mit unserer Hilfe dann auch innovativ nach vorne gehen kannst. Der CEO muss eine Vision haben. Wo will ich mein Unternehmen in den nächsten fünf, sechs, zehn Jahren hinbringen? Dann muss er sagen, okay, das ist die Story meines Films. Na, wie kriege ich diese Story technologisch verpackt? Wir können Euch helfen, aus diesem Wust von Technologien eine entsprechende Strategie zu bauen und das dann auch realitätsnah zu verfolgen, also dann auch Erfolge rauszubekommen. Da gibt es natürlich auch wieder mehrere Facetten. Ich nehme jetzt mal das Thema Public Cloud als Infrastruktur oder SAP auf einem Hyperscaler wie einer AWS oder einer Azure. Das Potenzial ist gigantisch. Analytics, Security, Automatic Batching. Wir können alles darstellen. Wichtig ist, be brave, hab Mut und geh raus. Wichtig ist, be